ja und damit herzlich willkommen und ich werde hier verfolgt von so einem riesen viermal wieder ich dachte ich habe kurz ja so ein bisschen rüber richtung dieses ja richtung wieder insel oder was auch immer ja ist und ja okay hier kann das fiel nicht hin jetzt nicht tief genug hallo Oh Gott, kaum bin ich da, komme ich hier kaum zum reden, also nochmal hier, herzlich willkommen zurück bei ARK Und ja, ich bin hier auf einer Insel, hier scheint es wohl gerade ein Flugding zu sein, wie heißt das? Ausflug, ein Ausflug Ja, lustig, ne? Die fliegen hier Und äh, ja, wie sieht denn jetzt mein Fluss hier aus? Aua, hat eh nichts abbekommen Dann wären wir da Äh, da geht's doch mal auf hier Sooo, nein Bäh, bäh, was? Was denn? Wie denn? Wo denn? Warum? Was? Moment, komm du mal runter Der krass mich den Dive aus der Luft an Einer der frisst ja meine Bären, ey Oh, der Geier, du Pass auf, du Da bist du noch mal ein bisschen weiter Und dann wirst du hier einmal von unter, was da angegriffen und dann hier So, wo ist denn jetzt? Äh, hallo? Hä? Ist mein Vieh hier vergiftet? Wer war das denn? Das war doch nicht der Vogel, oder? Kann doch eigentlich vergiften Ja, ich wollte mich erst mal hier ein bisschen zu Fuß kommen Der eine ist da noch Ich kann nicht von hier erkennen, welches Level der hat Ja, einmal hier, da war es gerade 21 Männlicher Manta, 21 Moment, Manta und dann so groß Ach, da sind ja noch mehr Genau, dann solche Viecher Ach, die haben jetzt Plattkammer, oder was? Nee, keine Reichen Naja, wobei so viele und gegen einen Das ist ein 85er, ja Und hier sind diese ganzen Manta-Dinger Manta, Manta, oh Gott Äh, ja Das war ja gar nicht, was hier gefährlicher ist, ne? Aber gut Ähm Ja, die Waffe geht bald drauf Die hält nicht mehr so lange durch Äh, und so viel habe ich jetzt auch nicht mehr hier an Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Altmetall Hm Soll ich das mitnehmen? Ich weiß es nicht Das Öl? Ob ich das nicht, das war einmal hier Boah, das weiß ich gar nicht Wie sieht das bei mir aus mit Hunger und Ach, das geht ja noch Ich gehe mal hier so ein bisschen umgucken Galopp, 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 galopp Erstmal hier so ein bisschen am Strand entlang Um mal zu gucken Hallo Oh, das ist ein großer Okay Kann ich das da einsammeln? Mal gucken Ah, hier war viel Grün Kann man wieder ganz viele Bären sammeln Okay, Teratops, ein Schild heute So, das ist gefährlich Ähm, 70, jawoll Was hat das denn da drin? Ein Bauplau Äh, Bauplau Ja, Gott, was ist denn los heute? Metallfil Hm, ja, und hier? Ah, ein Sattel für den Terror-Vogel, naja Rüstung 528 Oder 52, ach, kann ich so nicht erkennen Ähm Warte mal Mal gucken Kann ich das hier besser erkennen? Ich würde ja sagen 528 Ja, das kann auch ein Punktdolle sein, ne? 52, ach, ne Rüstung Naja, aber die auch immer Auf 52, ach, oder? Äh Weil Gewicht 20,0 ist ja auch dann Der Punkt Also würde ich mal sagen Und das heißt 52, ach Äh, dann mach ich das weg Ich will keine Sattel für den Terror-Vogel Oder? Ich weiß es nicht Ich weiß auch nicht immer, was sie vielleicht genau fressen oder so Hier auf dieser Karte hier Äh, was mach ich denn? Gesundheit, Ausdauer hab ich da jetzt 400 Ich weiß es gar nicht, was nehm ich denn da, ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung, ich nehm Gesundheit So Ähm Ich geh mal ein bisschen zur Seite Ein Tod, wo ist er denn jetzt? Moment, hier So Hi Hi Guten Flug, ne? Und so Ja, jetzt hab ich aber ja auch jetzt ganz viel flight Ich hab noch so viel Hm Okay, ähm Ich war jetzt auch mal so, dann bin ich ja quer über die Insel Ja, aber so groß ist hier so noch wieder nicht Da ist jetzt auch schon wieder Wasser Und da ist wieder Wasser Metall Brauch ich im Moment nicht mitnehmen Denn ich hab auch noch genug Metall Aber hier sind auch keine Dinos mit so nem großen Schwanz, wie ich die Äh, gerne mal hätte Hm 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 Moment So Wer hat der nicht weg? Ähm Hoppsala Moment Jetzt hab ich nur ein Flugdino hier Okay Zack Warte doch mal Achso, wo ist das hier? Ähm Die kämpfen hier mit den anderen Viechern, naja Ja, ist ja gut, ist kein Dole Ich krieg das doch nicht auf, Mann Ähm Ich war jetzt gefährlich, aber was weiß Ihr wollt ja hier leben, also Ähm Guck mal, Jan Bäm Bäm Hihihi Noch einer Bäm Wack der mit Bäm Egal Ich hab damit noch ein bisschen zu wenig Fleiß, das vergammelt ist, aber Naja, wenn ich genug habe irgendwann mal, dann mach ich wieder mal weg mit dir einbetäuben Wollen wir mal sehen, was ich denn betäuben kann So, da hätten sie auch noch irgendwas und keine Ahnung, da hätten sie denn noch hingehen Aber wenn dann hier die großen Fischer sind unter Wasser, heu, 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 heu Ich muss mein Floß erstmal etwas reparieren Dann kann ich nochmal kurz ein bisschen, äh, Trug und Holz einsammeln Ich denke mal, das reicht, was ich hier wohl eingesammelt habe Aber ich nehme das nochmal mit hier, so Klopp, 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 klopp So, dann drehe ich hier mal eine Runde So Ähm Inventar Hab ich da und dann mal gucken Oh, Holz hab ich da ja auch noch, Stroh, so Hier sind nochmal Faser, die hab ich ja auch Ähm Ja Dann lass mal gucken Reparieren Okay Und das Kreuz führt sich nach oben Aha Goodie Ähm, ja Was hast du denn, was du denn abgeben kannst? Ich würde mal sagen Die roten können weg Ähm Ja, die roten können weg So So, das kann weg Das kann weg Das kann weg Die schwarzen Beeren nehme ich Die tue ich dann hier rein So So Da habe ich jetzt zwei Hält sie noch zwölf Stunden Ja und hier hab ich 31 noch Die vergangenen in einer Stunde Hm, das dauert noch ewig, Alter Warum dauert das immer eine? Na ja wohl So, dann erstmal weiter Ja Ich hab meine Uhr gar nicht gestartet, aber Na gut Ähh Ähh Das ist so, hey, da kann man gar nicht weit genug gucken, wo ich da hinfahre Ich fahr mal hier Richtung dieses grüne Gestrüppte, also den kleinen Wald da auf der Insel vielleicht Wenn ich wieder irgendwas großes von hinten bekomme, oder so von unten Aus dem Tiefen Das Kraulen aus der Tiefe, genau Hier ist zwar etwas Land Also nicht ganz so tief Hm Okay, dann Komm mal mit So Hier sind auch dritterer Topse, oder wie halten die Mehrzahl Keine Ahnung Ein dritterer Topse, zweiterer Topse, oder wie Hier ist ja auch noch eine schöne grüne Insel Das sind schön kröten Aha Da hätten es noch was anderes Ich glaube hier ist eine Insel, die ist friedlicher, wie die andere Seite, da wo ich eben war Hier könnte man auch ein schönes Haus bauen Aber da ich ja jetzt ein Bett auf dem Floß habe Dann brauche ich hier kein Haus bauen Ja, aber trotzdem Schön grün Holz ist reichlich da und so Ich versuche da hinten mal hinzukommen Da sieht es dann schon wieder anders aus irgendwie Nicht so viel grüne Bäume, oder was Was Jetzt hat er wieder dieses Ding Was macht er denn Was soll das denn bedeuten bei denen Tja Welche Ecke ist es denn da hinten Warte mal Das ist Richtung Norden Aha Richtung Norden Na oben Na oben Ist da noch Platz hier auf der Karte Na oben ist da noch Platz hier auf der Karte Ok Ja gut Ja 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 Hier hat eine schöne Ecke Für grün Friedlich So Mal gucken ob ich jetzt meinen dicken da wieder rein bekommen Also mein äh Ja Tricteratops ähnliches Vieh Von Von hmm Hm Mitte Wenn nicht muss ich meinen Fluss Erst einmal drehen Nah, mal gucken ok habe ich mir gedacht dann war da mal kurz ich drehe mal eben hier eine runde so müsste klappen genau so einmal drehen bitte okay auf geht's weiter hier kardin ja Ja, ja, ups. Ich versuche jetzt mal darüber zu kommen. Das ist ein sehr weiter Weg, was hier unten wieder im Tiefen des OTI entlauert. Ah, hier sieht man schon mal Bäume. Ich meine dann schon mal, da wäre eine andere Gegend. Vielleicht gibt es da ja einen, so einen dicken Schwanz. Bin ich mal gespannt. So, wann habe ich denn nicht die Folge aufgenommen? Ich spiele jetzt hier heute am 19.02.2021 um 9.14 Uhr. Gut, ich hatte ja von vorher angefangen. Ich glaube so 20 Minuten vorher oder was, keine Ahnung. Obala. Wow, ist das ein weiter Weg, ey. Hm. Mal sehen, wo ich da so an Land gehen kann. Da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viel Holz. Kann ich da mal ein Haus bauen? Da gibt es echt sehr, sehr viel Holz. So viele Bäume. Ja, eine Sau. Der Kack mit der mal auf dem Floß, ey. Das ist doch... Steiligfeind da nicht so viel zu sein. Wo muss ich denn da ein Haus aus Holz bauen? Aber bei so vielen Bäumen ist es kein Problem. Eieieieiei. Eieieieiei. Eieieiei. Eieiei. Eieieiei. Ach, Mensch. Das ist eine lange Floßfahrt hier. Von der einen Insel zu anderen. So. Hm. Jaaa. Irgendwann möchte ich auch noch keine gefälligen Dinos oder so. Ja, Pups. Ey, was der dich hier zurecht, Pup, der Große, ey. Mann, 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 Mann. Okay, wie es aussieht, kann ich zwar da gut an Land, aber... Hm, dass man da jetzt irgendwo hochkommt, das ist... Irgendwann kann man das nicht sehen. Und hier wohl nicht. Vielleicht gibt es auch irgendwo dann mal so eine Art Höhle oder was, wo man da mal rein kann. Im Moment wüsste ich auch nicht, wo denn... Ach, guck mal, was war denn da? Moment, Moment, halt an. Was ist das denn? Warte mal, ich steig mal bei dir eben drauf, dann kann ich besser gucken. Oh, komm, was ist denn jetzt wieder? Okay. Ähm. Ja, aua. Das hat er mein... Ey, dieses Vieh. Wird so'n großes. Das ist... Okay. Warte mal hier. Hier ist gut. So, komm, hier, großer, komm. Oh, das ist ein Doppel. Natürlich. Oh, das ist ein Doppel. Oh, wei. Oh, wei. Oh, wei. Oh, wei. Wo ist denn mein Dino? Oh, wei. Fressen die da mein Dino auch, oder was? Alter, so viele Haie? Äh. Ich kann das nicht sehen. Das sind viel zu viele Haie, man. Oh, Gott. Ja. Das wird nix. Das wird nix. Oh. Alter. Ja. Okay. Alter, hier sind so große Haie, so viele Haie. Ja. Das kaputt macht nix. Ey, wenn der da von 5, 6 oder mehr Haien attackiert wird, ey, ist doch kein Wunder. Ja. Hau ab. Ja. Da muss ich mal halt nix. Dino. Äh. Zähmen. Schade. Dann krieg ich auch nicht das, was der jetzt noch geladen hatte. Äh. Weiß will ich nicht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, aber okay, mal gucken. Ähm. Ähm. Ah, da kommt Öl hoch. Ja. Und mein Dino liegt bestimmt da unten irgendwo auf dem Meeresgrund. Eieieiei. Äh. Äh. 55 ok meine waffe ist auch gleich im ars kaputt 1 2 3 hier so viele haie das ist ja unglaublich okay ja okay kann ich das reparieren ja dann habe ich noch was gehabt genug okay ja manikül ey das ist gemein ja okay ich muss mir die neue ich brauche noch ein bisschen holz das ist eigentlich kein das dürfte hier drin wir sagen holz ja wohl dann holz na gut ah dieses ding hält auch gar nicht so viel aus wurde das 1 2 mal getroffen und einmal zack ist das ding kaputt na gut vielleicht kann das dann noch hier mit rein stellen vielleicht ist das hier oben dann sogar noch ein bisschen sicherer so okay habe ich was im moment und was da rein zu legen nee das lege ich jetzt da so nicht rein okay nö erstmal tue ich das da rein die steine holz und das andere und so weiter ok genau weil ich brauche jetzt hier sowas braucht ja hier nochmal für den pulver was war das nochmal stein und feuersteine ja stein und feuersteine alles klar wieso gehe ich jetzt so schnell habe ich habe ich habe ok warte mal feuersteine steine im moment ist nicht ganz so viel aber ok ist im moment ein bisschen eng hier aber was solls damit ich erst mal ein bisschen habe ich was gesagt so enthält sich das jetzt erst mal eine kunde 27 naja gut das ist jetzt nicht ganz so lang aber ach quatsch moment ich muss es doch halt ich muss das ja hier rein tun so jetzt hätte ich das 14 stunden na gut holzwand hat auch was abgekriegt holzfasern stroh mal gucken habe ich denn auch hier was zum reparieren einmal repariert gut hier geht es reparieren leichter da auch überall die ganzen nein wände und so haben bisschen was abbekommen na gut da noch was nein mein bett ne das ist auch tausend hier die außenwände haben eher was abbekommen ok ok so gut dann brauche ich erstmal wieder betorbungsmittel um mir einen neuen kino zu besorgen hm die stiefel die muss ich an der werkbank dann wieder heil machen im moment habe ich hier keine na gut ähm das kommt erstmal betorbungsmittel ach ja aber ich brauche dann ah und bei meiner ding da waren so viele bären drin ja muss ich die erstmal wieder sammeln na gut ja ach darum ist auch noch was das dach naja gut da hat da hat was abbekommen ähm ja das muss erstmal alleine hier den wald erkunden ne gut gut ähm ja dann würde ich sagen mach jetzt mal hier die pause und dann gehts nächste mal weiter mal gucken bis dahin machs gut und bleib gesund oder wer der gewohnt bei 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 b bei